Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Serratus 1 Unboxing. Heute zeige ich euch mein letztes amerikanisches Playmobil Set, das ist dieser Lastwagen, dieser Dump Truck. Den habe ich bei Amazon bestellt für 17 Dollar. Umgerechnet sind das ungefähr 15 Euro und dann kam noch der Versand dazu, dann war ich bei ca. 25 Euro. So, hier die Rückseite. Mit dabei natürlich eine Figur und etwas Zubehör, was zum Trinken, zu Essen und ja, eine Tasche. Und wie alle amerikanischen Fahrzeuge ist auch dieses Fahrzeug schon fertig. Man muss nichts mehr zusammenbauen, nur noch aus der Verpackung rausholen und von den Drähten befreien. So, und das war's auch. So, und dann ist hier noch ein kleines Prospektheft und die Anleitung und eine Tüte mit der Figur. Als erstes zeige ich euch die Figur, die dabei ist. Dieser Trucker hat eine schwarze Weste, kariertes Hemd, blaue Hose, braune Schuhe und eine PM, eine Playmobil Mütze und halblange braune Haare. Und damit er nicht verhungert wird, er fahrt, gibt's noch was zum Essen. Hier eine Tüte mit Pommes, Hamburger, Getränk und etwas Gesundes. Ich denke mal, das ist so ein Fruchtsaft, so ein Vitaminsaft mit verschiedenen Früchten. Hier ein Getränkebecher und um das Ganze zu verstauen, noch so eine Tüte. Und jetzt zeige ich euch den Truck. Ich fange mal hier an. Hier der Auspuff ist wieder so nach oben gezogen, etwas gebogen, ganz in Silber. An der Seite befinden sich so Flammen. Hier die Front, Scheinwerfer, das Kennzeichen. Und wie alle amerikanischen Fahrzeuge ist die Motorhaube so richtig nach vorne gezogen, was mir so besonders gut gefällt. Hier auf der Seite befindet sich ebenfalls nochmal ein Auspuff. Hinten gibt es eine Anhängerkupplung. Die Klappe lässt sich natürlich öffnen hinten. Und die Ladefläche lässt sich kippen. Dann kann man das ganze Ladegut auskippen. So, und das Fahrerhaus, das Dach lässt sich ebenfalls abnehmen. So sieht es im Inneren aus. Zwei Sitze und das Lenkrad. Und das war es auch schon wieder. Natürlich werde ich alle amerikanischen Fahrzeuge, die ich vorgestellt habe, auch in Filmen mit einbauen, in Videos. Auf meinem anderen Kanal Serratus 1. Nach und nach werden die dann dort auftauchen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, weiterempfehlen, Video teilen, Kommentare schreiben. Und morgen wieder reinschauen. Da zeige ich euch ein weiteres Playmobil-Set. Bis bald, euer Serratus 1. 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 Bis bald, euer Serratus 1.